Hähn, hält der... Fährt er aus jetzt... Ey, was ist das ein Pichser? Du bist ein Mist gewöhnt. Der kriegt sie jetzt. Ist das ein Pichser? Nein! Lass die, lass die, lass die! Fahr auch jetzt! Lass ihn einfach fahren. Wir stehen auch auf... Oh, Entschuldigung! Kommt mal hier von der Straße bitte runter. Okay, komm, wir gehen. Ich hab mein Auto geklaut! Was? Guck dir richtig in die Häuserwand, damit wir hier in die Stadt reingucken. Oh ja. Was ist denn mit der Schlampe? Das ist ja gar nicht... Okay. Korne, kommst du jetzt? Willst du bitte herkommen, Korne? So! Alter, Korne! Boah, Korne! Alter, was machst du denn? Alter! Alter, wie ich im Kindergarten? So! Hör mir anfangen! Wie war ich denn hier vernünftig hinstell? Der steht einfach in die Seite rum! Mein Gott, Alter! Hör mir anfangen! Ja! Ja! Hallo euch herren Leute! Wir heißen euch willkommen zu GTR 5 Online! Im wundervollen GTR 5 Online-Modus! Und wir spielen das jetzt online, im Online-Modus, mit dem Maeve, mit dem SJ, mit dem Riki und mit dem... Kornel, dankeschön Rikki, das ist Rikki, der Vollidiot da. Der links von mir, der ist Maeve. Richtig, aber wechseln. Genau, dann atmet alles aus. Es wird schrecklich, so der Plan für den ersten Fahrt. Wir haben jetzt übrigens Schaumversuchs aufgeführt und es war ein riesiges Chaos. Ein Chaos, das ihr niemals sehen werdet. Ich steck bei Kornel mit ein. So, unser Plan ist jetzt einen Laden zu überfallen, tatsächlich. Das sind eigentlich unsere anderen Autos. So. Ich fahr erstmal ein Glück, damit uns niemand fahren kann. Kann mich einer mitnehmen? Genau, wir folgen uns einfach an. Ich glaube, wir haben zwei Sitze, ja. Dann überfallen wir den. Wir haben auch zwei Sitze, denke ich. Kannst du einen Laden raussuchen morgen auf der Karte? Schaffst du das? Ja, ich schaffe es, okay. Ich suche einen schönen Laden raus. Dann fahrt mir mal hinterher. Wo sind denn die Läden? Das sind diese komischen Symbole. Oh, mir werden jetzt nur Läden angezeigt gerade. Symbole. Was für Läden gehen da? Es ist rot, glaube ich. Es ist rot, es ist rot. Ich glaube, die Bullen, die gelten mir. Sag mal, was macht ihr da schon wieder? Ich komm gleich wieder. Ich stehe hier nur, hinter euch. Ich hab nichts gemacht. Ja, ist alles gut, SJ. So, wir gehen zu dem Laden. Der braucht seine Freiheiten. Okay, wir kommen euch hinterher, ne? Ah, okay. Na, was macht ihr da? Wir fahren jetzt zu dem Laden und fallen will. Und Ricky, bitte. Wenn wir da reingehen. Ja. Gib den Kassierer bitte nicht direkt den Kopfschuss. Okay, nicht direkt den Typen erschießen. Erst später. Genau. Mogi, du darfst den Typen einschüchtern. Uh, ich weiß gar nicht, ich hab genug mit zu. Wir stehen einfach daneben und feuern dich an. Das wird super. Wer raubt den aus? Ja, der gibt uns das. Der packt uns in eine Tüte für uns. Ist das so? Ach so. Der ist richtig freundlich. Cool. Ich merk schon. Ich freu mich. Wird es dann gleich untereinander aufgeteilt, die Beute? Das machen wir dann, wenn wir geflohen sind. Kann man das? Ja. Da gab's zumindest mal so ein Tutorial dazu. Okay. Oh, da ist der Laden. Okay, ich bin raus aus dem Auto. Ach, da ist der Laden. Ricky, jetzt entspann ich mal. Ist er hier? Danke, Gordon. Ich hab da mal perfekt eingeparkt. Was willst du denn? Nimm halt da, SJ. Ja, was denn? Sind wir alle da? Ich bin voll mit dem Kopf gegen den Bordsteigen gefallen. Oh, sorry. Jetzt ist es sehr unauffällig, wenn wir es zu fünftes in der Tankstelle reingehen. Hör auf! Mogi auf! Quatsch, Quatsch. Was hast du hier verdient, Alter? Ich geh mal rein und check aus, ob jemand drinne ist im Laden. Okay. Ey Leute, die Luft ist rein. Oh, ich hätt gerne einen von diesen Donuts. Ich auch. Oh, sieht schon. Boah, hier hat jemand 50 Cent Stück. Oh, Ketchup! Ne Limo, warte mal, ich kauf erstmal ne Limo. Ich find Slush-Eis. Ich kauf mir Meteoriten. Kann ich für eine Sonnenbrille kaufen? Betrohst du ihn schon, was? Get out! Soll ich Ladendiebstahl wählen? Nein, du musst ihm einfach die Knarre vorhalten. Ja, weil ich ihn einklicke, kann ich x Ladendiebstahl machen. Warte, warte. Habt ihr auch einen Stern? Ups. Ne. Hab geklaut. Du hast geklaut? Wir machen das jetzt einfach so. Gib das Geld, du Arschloch! Ich glaub die Bullen sind schon auf dem Weg. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Guck mal. Ich bereite schon mal ein Auto vor. Ich geh schon mal raus. Ich bereite schon mal ein Auto vor. Die Bullen kommen! Die Bullen kommen! Schnell! Steig ein! Was passiert? Steigt ein! Ihr könnt euch einfach in Wappen legen. Ihr lauft! Oh, ich hab dich erledigt, was? Ihr könnt euch nicht unbedingt einstellen. Alter, Jay, du hast mir die Waffe voll drauf gehabt. Oh mein Gott! Entschuldigung! Wo ist der andere Fluchtwagen? Warte, Jungs! Ich bin hier! Ich bin hier! Wir haben einen Zweisitzer-Regime. Verweiter! Wir haben Zweisitzer! Verweiter! Ähm, Entschuldigung ihr quasi jemand bist von euch? Wo bist du denn? Oh, SJ, okay! Nein, ist im Zweisitzer! Das ist im Zweisitzer! Ja, wir sind im Zweisitzer! Ja, wir haben dahinter nur ein Schuss noch ein Leuten dieēr PI слов. Wo bist du? Warte, 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 8. Warte, 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 warte темпер, warte, warte! Wir hinten ist Viers Russia! Wo bist du denn, weiss du denn, freut? Ich bin bei den anderen beiden. Viersitzer! das regal getreten und dann hatte ich schon einen stern ich bin da unten durch den tunnel gefahren nächste links ich glaube ich schließe gleich mit den kollegen auf nächste wieder links so jetzt sind wir wieder vereinigt ich habe ein problem da kommt dass die die polen hinter mir ja fahr doch nicht in mich rein dann gehen wir noch mehr sterne ja jetzt lasst du einfach mal keine munition ja hier raus raus aus der stadt auch du arschloch ich kann nicht schießen ich habe keine munition das hilft auch der bundes trug auf dem waffenladen anhalten ich muss mal pp okay so bundes zu verstecken jetzt verstecken ich verstecke ich verstecke ich er sieht auch was wir machen andere richtung auf die minimap schauen darf ich fahren nein nein ich fahre jetzt einfach rückwärts 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 frau ich bin ich wenn ich wollte alle weiter genau die fresse fahren ich krieg das wird vertrauen wir auch und kriss ich auch die trifft uns okay passt mir zusammen wie haben drei sterne und wir werden sie nicht los ja ich habe gar keine sterne mehr jetzt wechselt das auto wir fangen jetzt einfach ich steig dich aus jetzt noch nicht holen fährt wieder dass ich jetzt nicht alleine und ich habe mich ausstellen habe ich nicht verstanden weil ich fahren kannst ich kann wohl fahren nur das mail das hat man gesehen du hast gesagt dass sie gefahren stadt nicht drauf sagt gasse hast du noch sterne okay noch ein laden das hat ganz gut geklappt so weit und wir haben ihn rennen dann kann mich hier noch mal jemand aufsammeln wo bist du denn ich habe keinen platz mehr einfach da stehen lassen oder ich fahr einfach für euch jetzt mit danke komm jetzt los wenn er vor zum nächsten laden ihr sucht ein laden aus ihr habt die letzte ausgesucht ich suche den laden aus guck mal hier ist da liegt ein toter hat die auch ein bisschen probieren da habe ich keine ahnung ich habe gar nicht gesehen ja fahren ey, was ist denn los? Mac, du sollst vorfahren ja, wir haben für die Polizei wieder gesucht wegen der Scheiße mann, Alter doch seid ihr blöd ich war gerade auf der ich stecke jetzt ausladen überfallen ich war gerade auf der komm dann fahren wir hier tötet mich tötet mich auch tötet mich tötet mich tötet mich tötet mich such mal auf einmal bei mir bei wie sollst dich die töten boah, hast du gesagt es nicht war ganz nah oh mein Gott okay hier ist äh Strand vielleicht töten mich vielleicht töten wir die andere nicht auffahren so ich will jetzt hier weg okay, wir sind die stellen los wir sind die stellen los wir fahren einfach zum Mock und Kornel stehen, stehen achso das ist ein Zwei-Sitzer, ne? ja, ja, das ist ein Zwei-Sitzer warum kann ich den nicht anmarkieren? jetzt ich habe den nicht getroffen, oder? ich habe den nicht getroffen, oder? wir sind ein weiter Weg, Kornel raus, Dicke das ist zu schön wir können ja dann bis dahin ja auch die Polizei loswerden ich bin meine Bullen los nicht klauen, Maeve dass hier sind überall Bullen na 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 Maeve steigt ein hier, hinter euch ja, ja, ja boah, richtig geile Audi ey, das sind Zwei-Sitzer Ricky, du kommst echt nicht klar, Alter meine Güte, komm mal drüben an der Gitter nicht fickt euch alter kommt er hier mit Zwei-Sitzer zwei Leute abholen komm, wir nehmen jetzt auch ein Zwei-Sitzer weißt du, wie ein richtiges Arschloch, ey aber Maeve, wir haben gelernt, dass Ricky auch mit einer, äh mit einer Crow-Bots-Uber Messer-Stecher rein kommt warte mal, komm, 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 komm fahr denn hin zu dem Laden steigt jetzt ein bist du bescheuert? lass mich mal ein bisschen mitfahren nee Dr. Pew-Pew scho-scho-scho-scho-scho-scho-scho-scho-scho-scho-scho-scho-scho-scho kann sich auch mit Worten zur Wehr setzen ja gut fickt euch ja warte, bleib stehen Maeve hier, töte mich, Typ guck mal, hier ist ein, hier ist ein Tränkeladen äh, Spiritosenladen, den können wir überfallen ah ne, der ist der ist irgendwie wieder zum Schnapsladen nee, nee, der ist nicht ich bin soweit rauszufahren, Alter wir gehen jetzt zu dem schönen, äh, ländlich gelegenen Lebensmittelmarkt das ist ein Edeka wir kommen auch okay, Marco willst du im Auto bleiben? ich geh rein, hol die Beute und dann fahren wir weg ich will gefälligste Teil haben uh, wollen wir so taktisch so gut agieren, Cornel ja, oder willst du reingehen und, äh, willst du uns für das Fluchtfahrzeug fahren? ich weiß nicht, wie man das da drin macht ja, dann warte im Fluchtfahrzeug wo seid ihr beiden, sie sind, auch da hinten okay, warte ich hab aber grad die Bullen am Hals ich werd sie fahren los ach ne, warte mal hier, ich glaub wir sind falsch, oder? ne, 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 ist schon richtig ja genau, hier ich hol die Beute und dann, nein, nein, nein ich komm jetzt auf, wartet da dieses Auto hat viel zu, äh, dieses Spiel hat viel zu, äh, dieses Spiel hat viel zu... okay, Mau, bist du bereit? was hat das? ja, ich bin bereit ich muss hier nur zufrieden ja, ich springe rein und dann musst du abbauen ja, warte doch okay guttach, Kollege, ich hätte gerne ne Jägermeister und dein Geld wartet doch ähm ja draus Gold ich, wie nehm ich meine Waffe? scheiße ah richtig, bisschen Musik hat machen ja, jetzt gib mir dein Geld das hat nicht ganz so gut geklappt, Mock ich glaub die Polizei kommt schon, aber ist kein Problem ich sitz hier ich hab ein bisschen Musik rangerötschläger warte ich bin da, ich kann euch helfen ich bin gar nicht der falsche Lader der falsche Lader der falsche Lader wo seid ihr denn? ach da okay, Mock hm, ich sag mal so ich weiß nicht, ob ich jetzt Geld habe aber die Polizei sind hier her und der Typ ist tot aber wir haben drei Sterne fahr wuuh okay oh Gott die erreicht ah Junge es geht wie, woher war ich hier denn mit Geld haben? warte ich kann euch helfen wir haben Platten oh shit, dann sollten wir bei Gelegenheit oh my god kann ich da nicht rechts entlang fahren oh shit, der ist weiter vorn fahr ich hinterher ne, kann ich insgesamt nicht äh Alter dieser fucking Bulle wo bist du, Mock? wo bist du? hm? wo bist du? bist du weiter gefahren? oh Gott shit ey, ja ja, ich rette dich, warte ich bin hinter euch wär nett ha hier, steige da, bitte gerne geschehen steige ein oh mein das ist doch nicht steigst du ja, ich hilfe ne was soll ich ich hab das Geld ich hole damit ab wenn es aussieht, habe ich ein eigenes Auto wieso? kein Geld sag mal, warum werde ich hier mal erschlossen? ich wurde auch erschlossen ich auch, da habe ein Maeve Scheiße gebaut ey, Gordel ich habe keine Scheiße gebaut jetzt bitte treffen und das Geld aufteilen Maeve hat's geklaut wollen wir jetzt mal ein Rennen fahren nur mal so nebenbei ich hab mir 50 Dollar eingesammelt 50 Dollar, Maeve wo bist du? was halten wir davon, wenn wir jetzt ein Rennen machen? ne, das können wir im nächsten Bad machen Gordel sagst du davon, wenn du einfach mal den Mund hältst hieß? was ist dein so nehm ne, bitte? du musst das Geld gleich einsammeln vom ja dann stehe was geht hier ab? oh my god das waren 50 Dollar Hallo Officer, was ist hier das Problem? das ist auch nicht so genau das ist auch nicht so genau jo! Aua! der, der Typ rempelt mich an und tötet mich dann Das gleiche Problem war bei mir auch. Was ist denn los mit ihm? Officers, was macht ihr hier? Ich finde diese Polizeigewalt nicht mehr in Ordnung. Die Polizei ist doch nicht mal schwarz. Ich muss schon sagen. Was ist denn hier los? Ja, da musst du raus, wa? Ja. Wer ist denn da hinten? Oh, Mann. Sag mal, was hier an dem Stubb steht. Hi. Warum schießt ihr auf mich? Seid ihr bescheuert? Ich mach doch gar nicht. Ich stehe doch hier nur so. Jetzt reicht mir das hier. Jetzt reicht mir das. Hier, hier. Hier, du blöder Fickster. Irgendwie war das schön, wie richtig gerade getötet wurde. Nö. Okay, ich bin weg. Wollt das Auto hauen? Alter, was ist denn hier los? Ich habe nicht geschubst. Seht ihr das denn nicht? Alter, was ist denn hier los? Officer. Au. Shit, ich habe Stern. Nein. Töte dich. Ich bin hier weg. Moment. Hört mir zu. Hört mir doch zu. Na, wie findest du das? Was ist hier los? Du Arsch. Jetzt habe ich den Stern. Nein. Boah, der Bulle. Ich glaube, der gegen willst du keinen Stern haben. Die bringen dich um. Boah, jetzt. Lassen wir zusammen. Die Jungen sterben. Die Jungen sterben auch. Die Jungen sterben. Ich glaube einfach nur. Ich habe Melf kurz gehauen. Wurde natürlich erschossen. Ich bin nur in die Mitte gelaufen. Und dann kriegt man einen Stern. Und dann schießen 500 Polizisten auf dich. Officers, Officers. Ich glaube, wir haben ein Problem, das wir lösen sollten. Aber auf jeden Fall. Würde ich jetzt gerne mit dir jetzt das sehr viel machen. Würde ich bitte besser positionieren hinter mir. Ja, weißt du das? Let me take selfies. Was ist denn so? Da hat irgendjemand von euch eine Waffe gezogen. Können die Polizisten mal ruhig sein. Wir wollen hier gerne in den Pfiffi schießen. Ja. Geht mal ein Stück nach links. Man, Rekki, den sieht man nicht richtig. Wobei. Oh, da ist Kornel. Kornel positioniert dich. Wir müssen ja ein Selfie schießen. Ja, wenn ich glaube. Ich sehe dich nicht. Kornel ist ja für uns gescheitert. Was fubbelst du denn eigentlich? SJ, ich sehe dich nicht. Wo muss ich denn hin? Nach links oder nach rechts? SJ. Ja, nach links oder nach rechts? Nach rechts für dich. Hä? So, da war's. Ich sehe dich noch weniger als zuvor. Verdammte Scheiße, SJ. Was ist hier los? Oh Gott, da drüben der Willmacht. Nein! Nein! Ach, da war ein anderer Typ. War das Panzer? Wir haben gerade schönes Selfie gemacht. Alter, der Bock war aber auch 5.000 Jahre für ein Foto, ey. Ey, ich habe ein Foto gemacht, okay? In dem Moment, wo das Auto ins Reingekrascht ist, war das ein bisschen früher. Alter, hör doch mal auf damit, Mann. Alter, jetzt. Alter, was soll die Scheiße erst stellen? Ich bin dauernd. Kornel. Kornel! Was denn? Oh, was? Okay, warte, da haben wir noch einen Plan, was wir jetzt noch machen können. Das artet gerade alles aus. Mal wieder. Lass doch mal eine Renn fahren jetzt. Nächsten Part. Ja, das war der zweite Part, der Renn-Part. Ja, genau. Ja, das war doch jetzt genug Action. Na echt, Mann. Wer geht in der Part? 19 Minuten. 34. Oh, okay, das reicht. Und ich würde sagen, wir haben uns viel mit der Polizei so an der gesetzt. Ja. Nicht überfahren, bitte nicht überfahren. Nicht überfahren, bitte nicht überfahren. Fick dich erst zurück. Die Polizei ist einfach viel zu aggressiv. Ey, Fick dich, Rikki. Mein Bus. Gut, Leute, dann würde ich sagen. Gut, liebe Freunde. Schaut doch beim nächsten Mal wieder vorbei. Ja, und... Ich hängte es. Da haben wir mein Auto geschrottet. Das ist gar nicht meins. Lass dich direkt, oder? Ja. Schaut auf meinen Kanälen vorbei. Ja, schaut auf meinen Mesh vorbei. Aber dann können wir auch wieder gehen. Bleibt da drauf stehen. Oh, mein Mann. Verlappte Scheiße. Gut. Bis zum nächsten Mal, Alter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss, tschüss. Woah. Okay.